Ähm, nach einem Schluck wunderschönem Kaffee geht's mir jetzt wieder gut. Piss dich. Ah! Okay, das kommt gar nicht zu mir. Ich will nicht in den Schattentempel, denn der stinkt. Der stinkt so sehr, das glaubt man nicht. Ich hasse den Schattentempel mit dieser dummen Hand, die mich immer greift. Dann darf ich ja gar nicht nirgendwo stehen bleiben, weil der... Die holt mich dann und schmeißt mich raus aus dem Dungeon. That's so mean. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Hoch mit dir. Ah, Gott. Ich habe, glaube ich, 6 Gigabyte von meiner Festplatte total zugemüllt und ich wundere mich, warum ich... Hilfe! Und ich wundere mich noch, warum ich nichts mehr aufnehmen kann. Aber wirklich zugemüllt. Yeah! Okay! Noch mehr Geld, das ich nicht brauche, weil ich ja schon so viel habe. Haha! Geld, 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 Geld. Ha! Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches los öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Danke, das weiß ich auch. Ich weiß aber nicht mehr, was man hier bekommt in diesem Dungeon. Deswegen lasse ich mich einfach mal positiv überraschen. Hilfe! Okay, aber ich weiß absolut nicht mehr, wo ich her muss, für zum Boss zu kommen. Das wird nicht einfach. Das wird absolut nicht einfach! Wieso schießen die Dinger nichts mehr nach mir? Das ist irgendwie... Very strange. Lass mich in Ruhe! Ach, man kriegt den Enterhaken. Ha! 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 Boing! Der Enterhaken. Er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und boing! Probieren an allem aus. Boing! Very good. Das da ist jetzt... Ah! Wir müssen uns irgendwie da rüber holen. Irgendwie. Haha! Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, ein Herz und ein großer Haufen von nichts? Ich gehe jetzt einfach mal gucken. Nein, das war falsch. Ah, Gott! Autsch. Das war sehr schlau von mir. Ja, aber egal. Ich habe eine Fee. Ich habe drei Feen. Ha! Belebe mich. Gib mir meinen Lebenshaft zurück. Ha! Mojo! Nein. Yeah! Wir haben keinen Schlüssel. Nein! Ach, fuck. Das ist... ...wieder so herrlich dämlich von mir gewesen. Deswegen schätze ich mal so ganz spontan, wir müssen da rüber, weil irgendwo da rüber, drüben, gibt es einen Schlüssel, von dem ich... Ich habe es doch gesagt. Diesmal denke ich nicht so kompliziert. Diesmal denke ich auch überhaupt gar nicht. Diesmal denke ich einfach, wie ein normaler Mensch denkt, wenn er diese... Ah! Ah! Fuck you! Link, warum musst du immer die Töpfe werfen? Weil du so ein Töpfe-Fetischist bist, ey. Denk doch mal nach! Also echt, du Noob. Ich beleidige mich zwar gerade selber, aber das ist egal. Denn ich bin echt dämlich gewesen gerade. Jetzt aber. Meine Güte. Himmelswillen. Oh, Himmelswillen. Nein, jetzt werde ich da sicher nicht zuschlagen. Jetzt aber. Ha, ha, ha. Die sind so scheiße zu treffen. Ah. So schweres Rätsel, oder? Schieb, schieb, schiebi, schieb, schieb. Wir haben den Enterhaken. Ich bin so stolz auf mich. Was könnte man hier nur tun? Nichts. Ha. Ähm. Ich glaube, außen her war... Tut mir leid, das Video hat abgebrochen. Aus mir bekannten Gründen. Festplatte voll. Kein Speicherplatz mehr. La 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 la. La 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 la. Oh, und ich bin falsch gelaufen. Leider. Wow. What? Gemein. Warum gibt es hier zwei Türen? Aha. Super. Ich werde hier... Ich habe meine... Mein... 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 Mein Dings ver... Okay. Ich feile. Wieso lässt er sich nicht treffen? Drecks viel. Ach komm, ich halte mich nicht länger mit dir auf. So. Doch. Habe ich doch. Okay. Was spuckt er bitte? Hilfe! Haha. Die Conan macht es sich wieder unnötig schwer. Aber das ist man von mir ja gewohnt. Und ich musste irgendwie... Genau das musste ich tun. Das Wasser verschwindet. Dabei mag ich Wasser doch so sehr. Bams. Ein Herz. Das kann ich gebrauchen. Hab ich überhaupt noch Feen? Ja. Wie viele? Eine. Das ist nicht gut. That's no good. Vormer Muschka. So. Wir gehen hierher und hoffen, dass es richtig ist. Oh! Das war fies. Ich geh einfach mal unten her, weil es einfach so... Aha! Geld. Aha! Geld. Toll. Herz! Herz. Okay. War doch gut, dass ich da hergegangen bin, oder nicht? Nyeow. Okay. Ach du. Dieser Dungeon ist doch etwas größer, wie mir scheint. Aber warum stehen hier solche Dinger herum? Das ist sehr merkwürdig. Das ist äußerst merkwürdig. Hilfe. Und die Tatsache, dass dieses Teil da unten... Ha. Genau das wollte ich da mit sagen. Die Tatsache, dass das Teil da unten flieh... äh... schwimmt. Kann nur bedeuten, dass da irgendwas zum Schieben ist. Und äh... What the fuck? Ich dachte, ich bin weiter. Ah! Das hat's jetzt auch so gebracht. Yeah! Okay. Wo muss ich dann her? Äh... Jetzt gibt's hier aber nichts mehr zu tun! Wow! Haha! Darauf muss man erstmal kommen, aber... Das war eigentlich nur Zufall, dass ich das jetzt gefunden habe. Herzchen! Ich liebe Herzchen! Und ich habe hier noch keine Fee gefunden. Und das ist very strange. Okay. Sieht aus, als würden wir uns dem Boss nähern. Ah! Blobs! Hilfe! Sie wollen mich alle umbringen! Oh nein! Oh nein! Muss das sein? Komm her! Das ist voll gemein! Hilfe! Link! Link! Hoch mit hier! Ha! Ich wusste es! Ja, ist gut. Ich weiß. Ihr liebt mich alle. Genau das mag ich an diesem Dungeon nicht. Und da ist der Boss. Und du brauchst es gar nicht, das zu versuchen. Herzchen. Herzchen. Bam! Wow. Äh! Ja, wir sind beim Boss! Fast. Gut, dann, äh... Ich werde ja aber self-staten. Einfach nur reine Vorsichtsmaßnahme. Ha! Sehr schön. Oh ja, den, der ist... Wow. Wow. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! 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 Ich hasse diesen Boss, der ist nervig. Lass mich in Ruhe, ich will nichts kaufen. Wow! Das ist eine eklige Qualle mit einem merkwürdigen Auge. Aua. Man ärgert keine kleinen Netten-Let's-Playerinnen. Und jetzt wird's verdammt... Ungemütlich! Ich... Wow. Ja, ich habe noch eine Fee. Und ich hoffe, dass er mich nicht töten wird. Lauf weg! Link! Lauf weg! Wow. Ah! Was macht er? Er macht etwas, was ich nicht leiden kann. Und mich tötet. Und der Timer ist abgelaufen, aber wir haben immer noch fünf Minuten. Also werde ich das voll ausnutzen. Hm. Okay, jetzt muss ich aber alles geben, sonst bin ich nämlich voll am Arsch. Boah. Ah! Okay. Ich habe es verstanden. Verschwinde. Haha. Also der Tod hätte jetzt nicht gerade sein müssen, oder? Komm her! Du sollst herkommen! Aua. Das da war dumm. Wee! Komm her! Also so schwer ist er nicht. Er nervt nur. Spring! Lass dich treffen. Er ist tot! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ist das nicht schön? Der Tempel da war eigentlich gar nicht so hardcore. Also an dem ersten bin ich mehr verzweifelt. Okay. Jetzt bitte rede schnell. Oder ich muss schnell lesen, weil mir läuft die Zeit davon. Oh Conan, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran. Du verfügst über all die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche den Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todeswerk. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja! Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Schön, oder? Woo! Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, Leute. Ich mache einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Beziehungsweise später. Bis dann!